... Irgendwann ist es noch nicht voll. Er muss ab und zu die Tür zu und wieder aufmachen, bevor er das neue holt. Und manchmal muss es auch noch mal wieder rausgeholt werden, dann ist das noch nicht richtig reingepackt. Da muss auch was rein. Ja, klar. Das ist größer, Irgendwann. Das zieht er sich ran und stopft das dann nach und nach rein. Da hat er sehr viel Übungen drin.